What is happening? Fühlt sich das so real an? Ja, weil du bekloppt bist. Was? Continue. Nicht schon jeder ab hier. Als ob ich mir merken könnte, wo, was hier wie ist. Aber warte mal. Optionen, nein, ich muss ins Menü, warte mal, Optionen, ich möchte bitte wieder alles sehen können. Das hier ist einfach nur weniger Auflösung, ne? So, zurück. Äh, continue. Sag mal, soll ich verscheißer an? Wo warst denn du jetzt? Äh, hallo, was soll denn das? So, also. Hier ist, äh, hab ich genommen. Hab ich genommen, hoffe. Oh, ey, als ob ich das denn jetzt noch weiß. Locked. Nee. Warum kann der nicht einfach mal ein paar, äh, Checkpoints machen? War ich hier nicht? Hab ich das einfach wieder zugemacht? Kann ich ja gar nicht glauben. Okay. Doch, hier war ich schon. Hm. Wie kam ich denn an die tollen Schlüssel hier? Hallo? Geh mal. Hä? Hab ich auch hier wieder zugemacht? Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte doch noch in die Garage. Er war vorhin wirklich erst die Lampe und dann dieses Ding, was hier stand. Muss ich das hier wieder lesen? Ja gut, habe ich ja gelesen, ne? Ein Flashlight-Gelitter. Darf ich hier rein? Ich glaube, es ist egal, ob Tür auf oder zu, ne? Kann ich mich nicht irgendwie heilen? Ich habe schon wieder vergessen, wo es hier hingeht, aber ich glaube, ich muss die hier hin. Schlüssel. Schlüssel. Wo war hier was? War hier überhaupt was? Dächtendst wie ein Sieb. Ich weiß, ich hatte die Kerzen gefunden, aber ich weiß nicht mehr wo. Was ist das? Kreditkarte. Ach so, deswegen konnten wir was da am Dingens finden. Was ist das? Grandfass. So, jetzt gehen wir zur, ich glaube, kann ich nicht speichern. Nein. Samtags. Jetzt gehe ich zur Uhr. Und dann in die Garage. Oh, hier ist der Garagenschlüssel. Hier ist das, was der Großer da sagt. Jetzt kann ich es auch besser an diesem Jahr. Die Garage war nicht vor der Tür raus, sondern hinten raus. Rechts geht es nach vorne, links geht es nach hinten. Ich renne jetzt einfach. Ah, okay. Ja, Gott, das wäre auch so eine Schraubwand. Oh Gott, was hat der Großvater denn hier? Open. The Book of Gozu. Strange Object. Strange Object. Wovering your soul. Chita, giving yourself to the darkness. Ja. Muss jetzt nicht. Oh mein Gott. Kann man das auch noch? Oh, oh, kann ich das? The Imitator. Find and read the info page about the emulator. Okay. The Imitator. Ein Emulator ist ein gewalttätiger Form, eine gewalttätige Form verändernde Kreatur. It's body appears blood red, but it can change its body chemistry at will. Das ist blutrot, aber es kann sein Körper auch ändern. War es dann doch kein Fehler, dass auf einmal eine Lampe war. It carries what appears to be a knife. Ja, er hat ein Messer. Ja, er hat ein Messer. Er hat eine große Inspektion. The knife is actually a parasitic, ein parasitärer Organismus. Ist das richtig? Okay, also er hat mich jetzt schon zweimal erwischt, das heißt er überträgt sich auf mich. Also der kann sich wirklich in Lampen und Objekte oder andere Organismen verwandeln. Könnte ich ihn also erkennen, wenn ich mir gemerkt hätte, wo alles steht und wie es aussieht? Interaktionen. Emulator can appear anywhere but trend to emerge at night in highly populated areas. Es kann überall erscheinen, aber eher in der Nacht, wo viel los ist. Patent to emerge. Okay, vielleicht heißt es auch eben nicht so. Die nutzen ihre Fähigkeiten, um das Vertrauen von unsuspekten Opfern zu bekommen und jetzt zu Hause einschmutzigen viel Text. Ah, they then dismember and devour their victims' families visited by Emulator am Markt. And even if they escape, will no doubt have a future run in with a creature or its extended family. Also du wirst das Dingern nicht mehr los, wenn Emulator. The only known pictures, okay. Original Emulators have only begun to appear in the last several hundred years. Die gibt es erst seit den letzten 100 Jahren, ein paar hundert Jahren. And are somewhat new bifullchlorosonde. Gibt es noch nicht so lange, sondern auch relativ neu. Okay, some experts say that Emulators are not of a real fact. Gretchen, so somehow their ability to become whoever or whatever they want would help keep their existence secret. Legenda, the most well-known report of an Emulator took place in 1900, when a Parisian photographer was able to catch an emulator. Also, there wurde auch mal fotografiered. She soon disappeared but the blurry photo of a dark feature with a knife hidden in the darkness terrified newspapers readers in modern times information about emulators has all but disappeared. Mich würde interessieren, ob das hier jetzt alles bla 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 erfunden für das Spiel ist. Oder ob es diesen Mythos, wie auch immer man das schimpft, wirklich gibt. Weil hier steht ja, sollte 1900 irgendwas, soll es ein Bild gegeben haben hier. Eieiei, Mörderboy guilty, Mörderboy dead, Wasaka at Greenpeace, Animusia Green, Tieropfer gefunden im Hyde Park, der Mordjunge tot, Mordjunge schuldig. Nicht picking up the pieces, mysterious stebbings, ganz viele komische Sachen, die hier passiert, so black magic peered into Bordas Town. Was habe ich hier denn nochmal gefunden, weil Opa sagte doch, komm in die Garage und hier, du wirst alles verstehen. Oh, Small Crowbar, was mache ich damit? Skill trying. Ja, gut, ich habe die Crowbar, was mache ich damit? Was war, es gab draußen, war es nicht hier draußen? War nicht irgendwo hier was zugemauert? Irgendwo war doch, äh, nee, nicht zugemauert, da war irgendwo Bretter vor. Hm, anscheinend nicht. So, ich habe ein Weicheisen. Ich weiß nicht mehr, wo die Kerzen waren. Muss ich da nochmal auf den Dachboden hoch? Ah. Ich sehe ihn nicht. Ich renne jetzt einfach nach oben. Okay. Er kann nach oben sein. Oh. Er war die ganze Zeit nicht oben. Da bin ich ja durch. Das war das, nicht Dachboden. Gibt es einen Wachboden? Nicht. Hier, kann man aber Playstation spielen. Nochmal einen Stock Kaffee trinken. Continue. Na, 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 na. Oh, nee. So, Herr, was der Sie? Oh, nee. Warum fühlt sich das so real an? Ja, weil du bekloppt bist. Warum? Ich wollte nur ein kurzes Mal eben Spiel spielen, ne? Also, entweder finde ich Spiele, die sind viel zu kurz. Dann muss ich mir überlegen, ob ich ein zweites dazu nehme. Ja, nimm die Waffe bitte mit, danke. Oder es steht, es ist ein kurzes Spiel und dauert Ewigkeiten. Gut, bei dem habe ich jetzt nichts gefunden. Ich habe auch nicht lange gesucht. Aber ich hätte das jetzt nicht gedacht dafür, dass es halt kostenlos ist. Und nur so mittelmäßig, also ausgeglichene Bewertung wird. Ja, ja, ne Karte. Ich brauche keine Karte mehr, ich habe es schon. So, wo finde ich diese fucking Kerzen? Warum ist es hier denn nicht offen? Oh, hier auch. Oh, hier könnte ich das auch nochmal spielen. Ja, geh mal wieder da raus, bitte. Okay, Pause. Pause. Hm? Ja, gut. Hm, wo sind die Kerzen? Hier ist noch eine Tür zu. Gucken doch. Hier ist nur der Computer drin, oder? Aber ich gucke trotzdem. Hier ist nur der Computer drin. Und den benutzen wir nicht. Weil wir wollen ja das andere Ende haben. Das, was schwerer ist. Wo ich schon wieder fast tot bin. Bei der Mutti war doch auch nix mehr. Kann ich das mitnehmen? Lesen. Na. Lesen. Ja, gut gelesen. Jetzt mal angucken. Ja, okay. Will die noch irgendwas in ihrem Bad? Ne, um Rasierungen. Das kann ich nicht nehmen, ne? Ne. Hm. Wo waren die scheiß Kerzen? Kerzen. Hier war ich doch auch schon drin, jetzt hier. Hier im Bad war noch auch nix. Hier war nur der Schlüssel. Ist auch nur Klopapier, keine Kerzen, ne? Hier hat er ich auch noch runter hier. Hier habe ich noch nix aufgemacht. Da hatte ich das anfangs wieder zugemacht. Na? Lesen. Och Gott. Augen zu. With all good wishes for Christmas, can't wait to see you this Christmas, love. Gartung von Oma kann es kaum erwarten, uns an Weihnachten zu sehen. Augen zu. Ah ne. Best wishes for a happy Thanksgiving. Was gewinnen. Love. Nana. Ah. Die Augen zu. Seasons greeting. Merry Christmas. We meet you guys. Let's get together before the new year. Charlotte and Ted. Wer auch immer Charlotte and Ted sind. Also es sind irgendwelche Karten. Hm? Guck jetzt nicht zu öffnen. Wo waren die scheiß Kerzen? Was? What is happening? Was ist das? Nein, 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 nein. Bitte, hau zu. Nein, ich... Oh nein. Ich hab Angst. Oh nee, das ist das. Ah, das ist das. Okay. Was zur Hölle ist das? Das wäre eine Waffe. Diese Waffe hat alles getan? Ja, anscheinend. Du hast sie aus einem Playstation 1 Spiel teleportiert. Okay. Dann gibt es wohl drei Enden? Ah. Ich dachte, ich hätte es endlich geschafft. Ach, Mann, ey. Wo sind die Kerzen? Ah. Ich mach nochmal eine kleine kurze Unterbrechung. Und dann schaue ich einmal nach, wo die Kerzen und die anderen Sachen sind, damit das Ganze mal schneller geht. Sonst dauert das ja ewig hier. Also, bis gleich. Oder je nachdem, wo ich es geschnitten habe. Bis in ein, zwei Tagen oder so. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020